Heute geht es los mit Part 2 des Angular To-Do-Listen-Tutorials. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es los mit dem zweiten Part unseres Angular To-Do-Listen-Tutorials und dieser Reihe im Prinzip. Heute geht es darum, wie können wir ein Design für Angular erstellen. Angular ist grundsätzlich ja nur ein Framework, was uns ermöglicht, relativ einfach komplexere Programme zu bauen. Das bringt aber allerdings auch einige kleinere Denkansätze mit, die man bei dem Designprozess schon benutzen sollte. Das werden wir uns heute ansehen bzw. gleich und damit lernen wir auch direkt loslegen. Also verlieren wir keine weitere Zeit und los geht's! So und los geht's mit unserem neuen Tutorial. Heute geht es um die grafische Seite unserer Applikation und zwar werden wir mit Adobe XD unsere To-Do-Liste konzipieren, also grafisch entwerfen. Hier seht ihr fünf verschiedene Ansichten, die wir heute uns überlegen müssen. Und zwar einmal, wie sieht unsere Liste als solches aus, also als komplette Komponente? Dann, wie sieht es aus, wenn in unserer Liste der Drag-and-Drop-Effekt angewendet wird? Dann, wie sieht ein To-Do-Listen-Punkt auf, wenn er offen ist, also normal, noch nicht angecheckt ist? Wie sieht ein To-Do-Listen-Punkt aus, wenn der erledigt wurde? Und wie sieht das Formular aus, in dem wir ein neuen To-Do, also ein leeres Feld sozusagen, wo wir einen neuen To-Do-Punkt hinzufügen können? Wichtig ist, wenn man für Angular konzipiert, sollte man immer in Komponenten denken. Was heißt, ihr werdet später versuchen, oder man sollte versuchen, bei einer Angular-Komponente so vorzugehen, dass sie in sich geschlossen sind. Was heißt, also alles, was mit dem To-Do-Punkt zu tun hat, sollte auch in einer Komponente namens To-Do-Punkt oder To-Do-Element verzeichnet sein. Gleichzeitig, wenn ich die darstellen möchte, sollte ich eine Liste generieren, die nichts anderes macht, außer die einzelnen To-Do-Listen-Elemente darzustellen. Und deswegen kann man später einfach so sagen, okay, ich habe eine Liste, diese besteht aus verschiedenen Elementen. Das sollte ich dann ebenfalls einfach nochmal als einzelne Zeichenfläche rausrendern. Und das werden wir jetzt auch als erstes machen. Und zwar müssen wir uns jetzt überlegen, okay, wie sieht ein Listenpunkt aus, den wir später verwalten wollen? Hierzu scrollen wir ran. Ihr könnt in Adobe XD ganz leicht scrollen, indem ihr entweder das Mausrad benutzt, um hoch oder runter zu scrollen, und Alt gedrückt halten, um raus und rein zu scrollen. Außerdem, wenn ihr die Leertaste gedrückt haltet, könnt ihr, oder kommt ihr so eine kleine Hand, mit der ihr euch über die Zeichenfläche ziehen könnt, solange ihr die halt gedrückt haltet. So kann man mit Adobe XD sehr schnell, sehr effizient arbeiten. Außerdem, wenn wir hier oben auf die Schrift klicken, können wir hier unten, habe ich schon gemacht, Rasterkästchen einblenden. In meinem Fall habe ich gesagt, die sind 10 Pixel groß, und wir können die jetzt mal ein bisschen stärker noch sichtbar machen. Das heißt, jetzt sieht man hier sehr stark, dass hier Rasterkästchen drin sind. Und wenn wir hier unser Rechteck-Tool nehmen, können wir ohne große Probleme uns einfach hier ein Rechteck reinziehen. Und ihr merkt schon, dass die Zeichenfläche oder das Rechteck sich an diesen Rasterlinien orientiert. Wir wollen keinen Rahmen, deswegen klicke ich das hier weg. Allerdings wollen wir in diesem Fall, ja, im Prinzip einfach erstmal so weitermachen und einen Schatten hinzuziehen. Was heißt, wir klicken hier unten diese Box an, sagen hier 30 Pixel, sagen Y ebenfalls 30 Pixel, wobei das sieht nicht so gut aus, sagen wir hier mal 5 Pixel, und machen das Ganze aber ein bisschen stärker. So, jetzt haben wir schon mal einen schönen Schatten, mit dem sich unser To-Do-Listen-Punkt von anderen Elementen hervorhebt. Das nächste, was wir machen, wir nehmen ein weiteres Zeichenwerkzeug und ziehen uns hier einen kleinen rechteckigen Würfel rein, klicken hier auf meine Prime-Farbe. Das ist ganz wichtig bei Adobe XD. Wenn ihr euch Farben überlegt habt, solltet ihr diese hier abspeichern. Das geht sehr einfach, indem ihr die Fläche markiert, die ihr ausgewählt habt. Und einfach nur, in dem Fall kopiere ich mir das jetzt mal eben, sage ich habe hier eine rote Fläche, so, und sage ich möchte über das kleine Plus hier oben das hinzufügen. Habt dann hier die Farbe drin und kann hier beispielsweise auch sagen, dass ich es umbenennen möchte. Das heißt, ihr solltet immer mit Farbmarken arbeiten in Adobe XD und niemals einfach so Farben vergeben, weil so habt ihr euch die gemerkt, könnt ihr auch direkt später im Code verwenden. Allerdings wollen wir hier so einen kleinen Drag-Handle machen. Das heißt, dieses Element hier soll später dazu dienen, dass wir das Element dragen können. Hierzu erzeuge ich mir mal eben so einen kleinen Handle. Dafür nutze ich das Kreiswerkzeug und sage, das Ganze ist so ein dunkler Ton als Hintergrund. Ziehe mir das hier rein, kopiere mir das, füge es hier neben nochmal ein mit STRG-C, STRG-V. Mach das hier unten ebenfalls. Was heißt, habe jetzt exakt mir sechs davon gemacht. Drücke hier STRG-K und habe mir hier ein neues Symbol erstellt. Dieses Symbol nennen wir jetzt Drag-Handle und ist einfach nur Drag-Handle und ist einfach nur dazu da, dass wir später das Symbol mehrfach verwenden können. Wenn wir das Ganze jetzt anklicken, das Symbol und diese große Zeichenfläche und hier oben klicken auf dieses An-Mitte ausrichten, dann wird das Ganze in der Mitte zentriert. Das können wir auch mit Umschalt M machen und das Gleiche gilt auch für hier in der Seite. Das können wir mit Umschalt C machen, dann wird es auch komplett auf der vertikalen Horizontalen in der Mitte ausgerichtet. Das nächste, was wir brauchen, ist irgendeine Form von einer Checkbox, weil ohne die funktioniert eine To-Do-Liste nicht wirklich. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir uns hier so einen Rahmen reinziehen, sagen hier, das hat so ein bisschen abgerundete Ecken und wir sagen, unsere Prime-Farbe soll hier als Rahmen verwendet werden. In diesem Moment haben wir hier unseren Drag-Handle gebaut und eine Checkliste und jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie eine Möglichkeit, Text zu hinterlegen. Das geht ganz einfach. Wir klicken entweder auf das Textwerkzeug oder auf den Shortcut, einfach auf T und sagen hier jetzt beispielsweise Website Design erstellen. Bei mir ist es jetzt ein bisschen hässlich formatiert, deswegen klicke ich das jetzt an, sage hier, das ist Roboto. Außerdem sage ich, das ist nicht Black, sondern es ist, keine Ahnung, Kondensed. Und ich sage hier, Schriftgröße, keine Ahnung, 18 und ein Second-Hintergrundfarbe, was heißt so einen dunklen Ton. Und außerdem möchte ich, dass das Ganze nicht zentriert, sondern linksbündig ist und kann jetzt hier auch wieder mit Umschalt-M das Ganze komplett ausrichten in der Mitte. Zack, jetzt ist es wieder perfekt zentriert. Ich gucke jetzt, dass es hier noch bündig liegt. Hier ist ein Wirfelabstand, hier ist ein Wirfelabstand und habe jetzt hier meine Schrift drin, also meine Beispielschrift. Ich kopiere mir jetzt wieder mit STRG-C, STRG-V diesen Würfel hier, ziehe mir den hier ein bisschen größer und mache den ganzen einfach so ein bisschen in so einem Rotton. So, und füge jetzt diesen Rotton auch noch hier oben hinzu und sage hier, Error, nenne ich den jetzt einfach mal. Für uns ist es eigentlich kein Error, sondern hier ist später unser Löschen-Button. So, Löschen, das Ganze markieren wir uns jetzt, ziehen es hier rein, drücken wieder Umschalt-M, Umschalt-C, um es komplett in der Mitte auszurichten, war es jetzt schon. Dann drücken wir hier STRG-K, um uns einen Lösch-Button zu erschaffen, das nennen wir jetzt auch so, Delete-Button und sagen jetzt hier außerdem auch noch STRG-K, unsere Checkbox offen einfach und hier unsere Schrift. Fügen wir jetzt auch per Zeichenformat hinzu und sagen normale Schrift. So, damit haben wir jetzt unseren Button soweit erstellt. Wir sollten jetzt hier eventuell noch unsere Farbe so ein bisschen grau machen, beziehungsweise, das sieht nicht gut aus, machen wir weiß, und fügen auch diese Schrift noch hinzu und sagen normale Schrift slash weiß. So, und jetzt haben wir unsere weiße Schrift, unseren Button, also gemein, also fertig. Jetzt markieren wir uns alles, was wir hier haben, drücken STRG-K und sagen hier TODO Element Komponente. So, mit dieser Komponente können wir jetzt eine ganze Menge machen und zwar unsere Liste darstellen. Und zwar sagen wir jetzt, okay, ich markiere diese Liste, sage die Hintergrundfarbe ist dunkel, erstelle mir jetzt hier wieder neues Rechteck. Mit diesem Rechteck kann ich jetzt eine ganze Menge machen, ziehe das hier oben einfach ran, mache das ein bisschen kleiner, das soll nicht 10 Pixel sein, sagen wir mal, es ist 5 Pixel, ziehen das über die ganze Weite. In dem Moment, wenn ich das habe, sage ich jetzt, okay, das Ganze kriegt hier oben noch so ein, unsere Primary Color. Und ich füge jetzt aus meiner Demo noch eine Schrift ein, das ist einfach eine Robotoschrift, beispielsweise irgendein Logo und habe jetzt unseren Header soweit fertig. Man könnte jetzt hier natürlich noch so ein Menü hin machen oder so etwas, für unser Beispiel reicht es aber so völlig. Was wir jetzt machen müssen ist, wir wollen hier drin noch eine übergeordnete Überschrift haben. Was heißt, wir haben den Zustand einmal offen und erledigt. Was heißt, wir sagen jetzt, wir wollen hier drin einen Text haben, diesen nennen wir offen und hier hinter sagen wir jetzt beispielsweise 6. Diese 6 machen wir ein bisschen kleiner, das heißt, die ist nicht 18, sondern sagen wir mal 14 und ist einfach so ein kleines Stück kleiner. Und das ziehen wir jetzt hier ganz rüber, schieben das hier so ein bisschen runter, machen das ebenfalls hier zu und sagen hier, das ist unsere H4-Überschrift. Und diese H4-Überschrift ist nicht nur condensed, sondern die ist condensed bold. So, und diese 6, die ich hier habe, das wird später unser Counter. Was heißt, in diesem Element befinden sich insgesamt 6 Unterelemente und die müssen wir uns jetzt natürlich generieren. Und zwar ziehen wir uns jetzt einfach unsere Checkbox hier rein, richten die so ein bisschen aus, dass das optisch passt in der Mitte und alles. Markieren das, klicken jetzt auf Wiederholungsraster und ziehen uns jetzt einfach hier so weit runter, bis wir hier 6 Stück haben. Was heißt, 5 und 6, da haben wir es schon. Jetzt haben wir hier 6 Elemente drin und können jetzt hier einfach Doppelklick auf unseren Text machen und können den umbenannt, zum Beispiel Rechnung, Schreiben. Und hier drunter gehen wir noch weiter und sagen, Einkaufen. Was gibt es noch für To-Do-Punkte, die wir haben? Keine Ahnung. To-Do-Punkte erstellen. Und die letzten beiden machen wir weg. So viel brauchen wir gar nicht zum Verstehen. Reicht es völlig, so das zu machen. So, jetzt haben wir unsere 4 To-Do-Punkte hier erstellt. Wir können sie jetzt bearbeiten, haben jetzt hier einfach alle Möglichkeiten, die wir später auch benutzen wollen. Wir können sie abchecken, wir können auf den Text klicken, um den Text zu bearbeiten und wir können hier auf Löschen klicken, um später das Element zu löschen. Und hier an dem Drag-Handle können wir das ein bisschen durch die Gegend ziehen. Grundsätzlich, wenn wir eine so eine Liste haben, markieren wir uns das wieder, drücken STRG-G, um das als Gruppe zu markieren und jetzt STRG-C, STRG-V, um das Ganze hier nach unten zu ziehen, weil da, wo offene Elemente sind, sind auch geschlossene Elemente. Hierzu lösen wir die Gruppierung wieder auf, löschen uns diese sechs Elemente raus und schreiben hier erledigt. Und das sind aber nur, keine Ahnung, zwei Elemente. Aber wie sieht es aus, wenn jetzt so ein Text erledigt ist? Hierzu ziehen wir uns einfach unsere Komponente, unsere Funktion hier wieder rein und sagen, okay, das möchten wir jetzt bearbeiten und heben hierzu die Gruppierung des Symbols auf. Das könnt ihr mit Umschalt, STRG-G. Wenn ihr das gemacht habt, sage ich jetzt einfach mal, unser Element hat hier vorne kein Drag-Handle mehr. Das heißt, das ist einfach weg. Dafür rutscht jetzt unsere Checkbox ganz nach vorne. Der Text geht auch ein Stück weiter nach vorne. Außerdem ist unser Text jetzt nicht mehr so anzusehen, sondern wird beispielsweise so ein bisschen ausgegraut, sagen wir mal hier mit Gray. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir ziehen uns hier noch so eine Linie drüber, so zack, und sagen ebenfalls, diese Linie ist Gray und sagen im Prinzip jetzt einfach, unser To-Do-Listen-Punkt ist, wenn wir ihn abgehakt haben, durchgestrichen. Wir können ihn immer noch löschen, deswegen lassen wir unseren Löschbutton weiterhin da. Und hier an der Seite machen wir uns jetzt noch einen Check. So ein kleines Häkchen, das machen wir jetzt einfach so. Zack, haben jetzt eine Linie gezogen, einfach mit dem Pass-Werkzeug, sagen hier, wir wollen unser Check als Rahmen hinzufügen, wollen das Ganze als abgekürzte Linien und so ein bisschen dickeren Punkt und haben jetzt hier unser neues Element hinzugefügt. Wenn ich das Ganze jetzt markiere und STRG-K drücke, haben wir hier eine neue Checkbox und sagen Checkbox checked. So, und da wir jetzt unsere Komponente haben, markiere ich das Ganze wieder, STRG-K, habe ich hier unser To-Do, To-Do, Element, Komponente, Done. Was heißt, wir haben eine zweite Version unserer eigentlichen Komponente erschaffen, können diese jetzt einfach wieder hier runterziehen und machen exakt dasselbe wie oben auch. Und zwar sagen wir, wir wollen das Ganze jetzt wiederholen, machen das hier drunter zweimal, zack, müssten hier wahrscheinlich das Wiederholungsraster noch ein bisschen breiter machen, weil wir sonst, beziehungsweise wir können das Wiederholungsraster hier drin auch einfach auflösen und die Elemente behalten. Das heißt, Wiederholungsraster aufheben, zack, und hier drunter haben wir es auch Wiederholungsraster aufheben und haben jetzt unsere Elemente hier drin fertig. Und später wollen wir so vorgehen, dass wenn man hier auf erledigt klickt, soll das Ganze hier weg toggeln, dass wir nur noch unser erledigt sehen und hier oben halt offen. Aber wie können wir jetzt neue To-Do-Listen-Punkte erstellen? Das ist ziemlich einfach und zwar brauchen wir dazu ein Formular. Hierzu nehmen wir uns einfach wieder unser Element, ziehen das hier runter, richten das an unserer Funktion aus. Hier sollte ich vielleicht mal die Rasterkästchen ein bisschen stärker einblenden lassen. So, damit haben wir das wieder ausgerichtet und sagen jetzt hier drin das Ganze, Gruppierung des Symbols aufheben. Wir brauchen hier drin erstmal kein Element, wir brauchen hier keinen Rahmen. Wir brauchen allerdings ein Button, der wird allerdings heißen erstellen. Doppelklick erstellen und sagen, dieser Button hier hat eine Hintergrundfarbe, beziehungsweise das hier ist erstmal nicht die Hintergrundfarbe des Buttons, sondern das wird unsere standardmäßige Hintergrundfarbe und der Button bekommt die Hintergrundfarbe Primary. Und hier, das wird ebenfalls weißer Text, zack, ziehen das hier ganz rüber und unser Placeholder wird so eine dunkle Farbe und der Text, wenn man dann anfängt zu schreiben, wird später weiß. Das Ganze kann ich mir jetzt wieder markieren als Element, habe jetzt hier To-Do Element Form, kann mir das hier reinziehen, kann das hier unten ausrichten und das alles jetzt auch ausrichten, dass es so ein bisschen optisch passt, zack, und habe jetzt eine sehr einfache Optik unserer To-Do-Liste. Allerdings habe ich hier irgendwo noch einen kleinen Fehler gemacht und zwar habe ich hier oben unseren Lösch-Button aus Versehen falsch editiert. Das ist natürlich nicht richtig. Und zwar muss ich das hier wieder rüberziehen. So, und das Ganze wieder rot machen. Jetzt passt es. So sieht das aus. Ist jetzt nicht das schönste Design, ist auch nicht das aufwendigste Design, aber für unser Tutorial reicht es vollkommen. Und wichtig ist, dass man erstmal nur versteht, man muss in Komponenten denken, in einzelnen in sich geschlossenen Part sozusagen der Seite und nicht mehr nur das ganze Design betrachten, sondern überlegen, okay, wie kann ich dieses Design in seine Bestandteile zerlegen. Aber irgendwie hat er hier drin immer noch das drin, was ist da, Gruppierung des Symbols aufheben, ah, das ist ja auch ein Symbol. Deswegen hat er es nicht gemacht. So, jetzt nochmal auf 1, das dunkel machen und das jetzt alles als neues Symbol erstellen. So, und dieses Symbol löschen und das umbenennen. To-Do-Element-Form. So, das ist jetzt das Richtige. Ja, solche Sachen können auch in einem Tutorial passieren. Grundsätzlich geht es jetzt weiter und zwar brauchen wir noch eine Ansicht, wie das Ganze aussieht, wenn das mit einem Drag-and-Drop funktioniert. Deswegen kopieren wir uns jetzt einfach diese Elemente hier oben, beziehungsweise wir kopieren uns jetzt einfach alle Elemente, markieren diese Zeichenfläche, drücken STRG-C, STRG-V, haben jetzt alle unsere Elemente hier drin und sagen, okay, wenn ich jetzt überlege, ich möchte jetzt diesen To-Do-Punkt hier unten bewegen, das können wir ganz einfach machen, indem wir die Gruppierung erstmal aufheben, sagen jetzt, okay, dieser To-Do-Punkt bekommt jetzt eine Opacity nur noch von 20%. Außerdem sage ich, ich möchte den gerne kopieren, sage hier, der hat jetzt eine Opacity von wieder ganz viel und wenn ich ihn bewege, sieht das praktisch einfach so ein bisschen zusammengerückt aus, das heißt, der kriegt einen Hintergrundschatten, den er eh schon hat, das eigentliche Element wird halt ausgegraut und ich kann es jetzt bewegen später. Also so sollte es aussehen, wenn man später ein Element per Drag & Drop bewegt und damit kann man jetzt schon mal unsere To-Do-Liste erahnen, wie es funktioniert. Man könnte das jetzt natürlich noch ins Detail treiben, beispielsweise verschiedene Ansichten machen, wie es aussieht, wenn ich über Löschen drüber gehe, wie es aussieht, wenn ich einen Text schreibe, wie es aussieht, wenn ich hier drin schreibe beispielsweise oder man könnte auch dafür sorgen, dass man wirklich einen Prototypen baut, das heißt, was passiert, wenn ich jetzt hier drauf klicke, kommt dann ein neuer To-Do-Punkt hinzu und das sollten wir als Abschluss sozusagen noch einmal machen und zwar markieren wir uns jetzt diese Liste und erstellen uns hier hinten einen Prototypen, da haben wir zwei von, das sagen wir Prototyp 1 und hier sagen wir Prototyp 2. So, in Prototyp 1 haben wir nicht sonderlich viel, was heißt diesen letzten To-Do-Punkt? Und haben wir noch nicht, beziehungsweise hier haben wir ihn und hier haben wir ihn noch nicht. Was heißt, hier gehe ich ein bisschen hoch, das geht ebenfalls mehr nach oben und ich sage jetzt, okay, wir wollen jetzt etwas erschaffen, das machen wir jetzt mal als 3 und hier zwischen erschaffen wir uns noch einen neuen. So, und sagen jetzt, okay, der Zwischenstand unseres Tutorials, wir klicken hier rein und in dem Moment wollen wir hier irgendwas bearbeiten. Dazu hebe ich als erstes das Symbol hier auf und sage, unsere Webseite sein erstellen wird jetzt weiß. So, und hier sage ich jetzt To-Do-Punkte erstellen. Das ist das Nächste, was wir machen und hier an der Seite, das sollte ich sowieso mal, was muss erledigt werden. Das heißt, so ein Placeholder-Text, der hier benutzt wird und der soll halt überall angewendet werden. Sollte ich vielleicht später auch noch in anderen Elementen übernehmen, übernehmen, aber so reicht uns das erst mal. Daraus bauen wir uns jetzt unser Prototyp. Dazu klicken wir hier oben auf diesen Prototyp-Tab und sagen, das hier ist unsere Startseite und sagen, wenn wir hier auf diesen Text klicken, sollen wir zu dieser Seite weiterkommen. In unserem Fall sagen wir einfach mit Auto-Animate. Sollen wir da hingehen. Das Nächste, was wir dann machen, ist, wenn wir hier auf Erstellen klicken, dann sollen wir zu diesem weitergeleitet werden. Das soll ebenfalls mit Auto-Animate passieren. Und wenn wir jetzt das Ganze über dieses Play-Zeichen hier oben starten, kriegen wir unsere App, die sich einfach nur öffnet. Und ich kann jetzt hier sagen, okay, ich klicke hier drauf auf Er... Hm, es passiert nichts. Warum passiert nichts? Ah, jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Okay, wenn wir hier draufklicken, sehen wir, okay, das Ganze verändert sich. Wir haben hier etwas reingeschrieben und wenn wir hier auf Erstellen klicken, dann sehen wir, okay, zack, es wurde ein neuer To-Do-Punkt hinzugefügt und so kann man sich das Ganze jetzt ein bisschen besser vorstellen. Und so könnte man das natürlich jetzt, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, sollte man so weit gehen, dass man zeigt, okay, wie kann ich einen To-Do-Punkt wieder löschen? Wie sieht es aus, wenn ein neuer To-Do-Punkt hinzukommt? Wie sieht vielleicht der Übergang zwischen verschiedenen Listen aus? Wie sieht es aus, wenn man das hier toggelt und wieder versteckt und so weiter? Das kann man alles planen und erstellen. Und dazu habe ich schon Videos gemacht mit der Adobe XD. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, ja, fangen wir jetzt nächste Woche direkt an, das Ganze umzusetzen. Bis dahin viel Spaß und ciao. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Natürlich wie immer Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Aber auch Discord und Patreon, falls ihr diese Videos direkt an einem Rutsch gucken möchtet oder einfach Lust habt, diesen Channel etwas zu unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit Part 3. Und bis dahin viel Spaß und ciao.